Wer eh nix Ja Wer eh nix Hab gesagt ja Fragezeichen Cool Wer eh nix Wer Das wissen wollte Oder will Oh ne Falle Wollte fragen wer wo was Crap Also ich bin in der Verteidigung Disco Und im Angriff gehen wir den mal gucken Atlas Sender Macht einer A von euch Nach mir hat jemand gerufen Hallo Ich bin gerade GP Hallo Ich weiß Aber nur best of one Ja Also kurz deine Schnauze halten und dann kannst du mitspielen Hey Dann knall die weg Müt mich so lange wegen Husten und so Einer ist schon Mitte Lobby gewesen Und einer hinten rechts noch Doc Hm Äh ne Die waren zwei auf D Du bist das hier Ich glaube im Wasser ist einer Hier kommt einer in unserem Spawnhaus Ich schaffe B drauf B drauf B drauf An der B-Bombe Ah der hat mich Ah Oh ich hab den Nochmal einer Doc Rennt runter Richtung Spawn Da 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 Oh sauer Voll Schön Red Shot Wenigstens zwei Leute die Aim haben Super Warum? Ja ich hatte gerade kein Aim Das war gerade noch in Polen Nice Komm schon ohne Rotpunkt nicht klar Nö Suchen und Zerstellen Hoppa Oder Durchrennen Japp Japp Begas Durchrennen Also ich Ich renne durch Lass mal durchrennen Lass mal durchrennen Lass mal durchrennen Äh Einer ist vorn noch Oh Doc Sorry Liger du standest da so komisch Ja Zwei Oh hinter BW Aaaaaaah Der hat mich verfolgt Einer noch Warte der ist doch getauft bei dir Fuß hat er irgendwo Rechts Oh links Oh da ist er weg Ja lecker auf B oder Oh sauber Schön Er hat schon den Abby gebrochen Ich dachte jetzt er ist direkt hinten durchgerannt auf A um da zu gucken ob er da legt Ja das habe ich auch gedacht aber Wollte noch mal checken Der Schnüffelmodus So hieß das Ding Der gute Schnüffelmodus Suchen und zerstören Geh mal auf B da in das Wasser Rechts Ja Das Ziel verteidigen Fuck da ist schon einer drin Scheiß die Wand Wir haben den Kampf verloren aber noch ist es nicht vorbei Okay das war schnell Ja Ich bin gerade reingerannt Guck so lag der da LOL Ich bin hier vom Holland Jungs Suchen und zerstören Gehen wir auf A Ja aber diesmal müssen wir legen weil ich glaube die sind übel dev jetzt Ich habe die Bombe nicht Ja ich habe sie Komm schon von hinten zu A Nicht so dass man es vom Spawnhaus sehen kann Oh Schrift 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 Zwei gegen einen ne bleib zusammen einfach Da ist Raum Raum Zauber Zauber Raum Raum was ist denn das für ein Callout Ne das ist doch das Ding hier ist doch nur ein Raum alter Da ist noch einer auf unserer Seite Das hier ist für mich das Schlafzimmer Ja aber das ist so lang Ja oder Bett Einfach Bett Ja ok Bett Das kann man das kann man sich das ist gut Kurz und prägnant Oh Gott Ekelhaft Englisch ho alter Das Ziel verteidigen Äh Overkill ist ja trotzdem erlaubt gell Ja 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 ist okay Ja Und Sie auf A Einen auf A weg ist geschnippert Einen habe ich bei B Nice Super Boah Boah hat sich verweckt Bei uns am Spawnen Oh fuck Let's stay together Clairo Oh Gott Heidle deine Klappe ohne Witz Der ist hier oben Ah der ist weak Hol ihn dir Alter Alter was machst du denn hier da Du hast komplett dein Ding geschossen bei mir Ja aber auch Komplett Ja so 2 Meter hinten Aber ich habe ihn geholt Ja aber die Frage ist wie Jetzt guck dir mal die Kicke man Das sieht bestimmt komplett anders aus Ja Alter guck mal links oben bei euch im Zimmer im Eck Guck mal bei mir hast du viel bei der Ja genau so Boah Das war wirklich sogar so Alter wie schlecht Punish Alter hast du Hüfte Ah ja deswegen Ich dachte du scuffst ihn jetzt und richtig Links rechts links rechts Komplett Alter ich habe meinen scuff seit 2 Minuten Lass mal auf Play gehen Nein Auf B Ja auf B Spawn Spawn Zwei Stück im Spawn Einen habe ich Einer war noch im Spawn hinten Schreiber Spawn 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 Bei dem Wassergang joggt er, ne? Hast du Lobby durch? Oh, Dusche! Fuck! Die sind... Oh! Wir gehen auf A dann, was? Weiß ich nicht genau. No, bei uns schon am Spawn hinten. Goddammit. Oh! 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 Da war ich. Ja, der hat bestimmt umgeklotzt. Voll erschrocken, bitte mal. Mitleid. Mit mir. QQQQQ. Ja. Hat er mich gehört? Ja. Oh, die Patze. 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Nein. Suchen und zerstören. Wohin? Durchrennen. A nochmal. Komm, lass A. Okay, dann A. Das Ziel zerstören. Das Ziel zerstören. Hälfte fertig. Hälfte, unser Top, unser Top. Ah, ich werde beschossen. Ah, shit. Einer kommt von uns am Spawn. Noch einer. Noch einer. Oh, scheiße. Und hat mich. Das Weak. Das One-Shot. Das ist der One-Shot. Zwei Leute übrig noch. Ach, das Männer. Ja, genau. Komm bei den Chef. Check mal. Na ja. Sauber, denke. Oh, die waren aber auch schön in der Linie, ey. Weg schnell, ey. Weg schnell, ey. Weg schnell. Ich hab doch gesagt, ich mach das, Jungs. Neu, wie die Leiche sogar hochfliegt. Ja, Mann. Geil. Oh, du Lacke. Nice. Will ich mitspielen, MPEX? Was für eine Frage. Natürlich will er das. Ist egal, ja. Aber ich würde sagen, wenn Zeitig wieder da ist, dann kann der für mich spielen, weiter. Ja. 12, 1, Hur jank. Auchなる. Neu, ich höre. Und du, ich gehönt. Bis zum nächsten Mal. tramparlos sehen mein Lieberin. tig. allo, deine Einst vision lohnt. uta aproximativ Lite Series Informational Training Roy, Susie. Disability Energie